hallo und willkommen zu einer weiteren folge der skyline wir errichten jetzt ein forstgebiet ab nächstes werden wir unser forst hauptgebäude wasser und strom anschließen strom haben wir jetzt machen wir mal wasser wir haben ein problem mit der abwasserprobleme das heißt wir mal gucken wie abwasser also wir produzieren mehr abwasser als wir das heißt eine weitere kläranlage wenn man den bereich errichten haben wir platz gleich drei errichten wollen wir noch groß expandieren das problem sollte sich gleich lösen schön schönes saubeswasser da nicht so sauber auch schon schön geworden dann werden wir uns gleich mal hier eine U-Bahn anbauen wenn das problem wir bald kriegen gleich eine linie errichten können sie umsteigen und die linie errichten können also die linie wir werden hier mal Da werden wir uns hier einen U-Bahn-Bahn aufbauen. Jetzt können die entsprechend von da zur Arbeit fahren. So, Forst. Das heißt, wir haben hier ein bisschen Straßen bauen, immer eine kleine Straße, eine mittlere. Achso, sehr gut. Und dann schauen wir gleich nach dem ersten. Was? Wasser. So, Erlen. Nadelbaum. Erlen. Buchen. Nadelbaum. 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 Errichten wir gleich eine zweite Straße. Dazu. Breite abschätzen. Kleiner Holzplatz. Wenn wir eine Straße bauen. Erlen. Holzfäller. Dann zauern wir aber keinen Baum. Eine Sägemühle. Fein, Fein. Jetzt kriegt unsere Stadt endlich Rohstoffe. Dann pf. ... ... ... ... ... ... Weitere errichten. Noch eine Reihe. Strasse jetzt wieder. Jetzt noch gleich. Wasser. Wasser. und. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, schauen wir mal, wie sich entwickelt. Mit Holz. Wachstum, ja. Voll. Voll. Okay. 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 Gut. Was fehlt. Okay. 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 Just thing that looks so great. It's a little bit tomorrow. Okay. You'll have to go. endlich eine schuhe weiter vorher wäre ein bisschen ein bisschen dürftig gewesen Polizei ist gut Parks fiel total ein lächeln durch die Stadt noch ein zweites Gebäude das dreht läuft auch wir können ja nur einen Stuhl größer machen das heißt wir haben da oben noch keine Feuerwehr das heißt gerade bei Wald ist das sinnvoll Polizeiwache mal die Pöre sich auf sicher fühlen hier ist er die da und ich dann gucken hier nur ein bisschen größer bauen so jetzt wollen wir ein Gebäude bauen das Straßen dann schauen wir mal was wir kriegen noch eine Sägemühle dann schauen wir mal was wir wird das ist da Setzlinge. Ja, da oben geht auch nicht. Wasser. Das ist Müll. So. Und. Wieder sind Zeit um. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich hoffe man hört es und zieht sich wieder. Jetzt haben wir winke winke und goodbye. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.